Hallo und herzlich willkommen zurück bei Great Tale Games Staffel 2 mit Batman, Staffel 1, Episode 5. Wir haben uns zuletzt von Catwoman verabschiedet und haben dann von Alfred die Nachricht bekommen, dass Lady Arkham in White Manor ist. Und ja, offenbar da jetzt gerade was passiert. Oder was schon passiert ist. Blut? 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 Die Kugel hat komplett verletzt. Alfred muss sich hier verletzt haben. Aber sie haben es irgendwie. Schon von Anfang an ist sie ja sehr auf Bruce Wayne fixiert. Ein einziges Punkt. Ash überall. Was machte sie mit dir, Alfred? Etwas großartig wurde gegen diese Kugel. Oder jemand. Das ist aber auch eine Vase. Die Gesichter wurde in der Struggle verletzt. Die Krieg hat nichts untoucht. Steam ignoriert meine Angaben einfach. Die Kugel wurde als Anwendung verletzt. Er schlug so hart, dass es in der Hälfte verletzte. Okay. Also, ich würde mal denken... Alfred nutzte die Kugel als Anwendung. Er schlug sie über seine Anwendung. Das hat ihn nicht verletzt. Er schlug die Kugel, um die Kugel auf die Kugel zu spüren. So, das haben wir schon mal. Dann... Oh, die haben wir noch gar nicht angeguckt? Okay. Der Schürhaken. Was hätte das gemacht? Alfred nahm den Feuerplatzspoker, um einen Anwalt zu schlug. Aber es wurde weggebracht. Okay. So, dann... Was haben wir noch? Haben wir nur noch die zwei Sachen? Okay, offenbar. Na dann... Aber es passt ja nicht wirklich, oder? Okay. War richtig. Was ist das? Okay. 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 Let's go. Okay. 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 Gut, Alfred. So, erstmal Spiegelung untersuchen. Stairs leading up. Cement walls. We're in a basement. Alfred's trying to look at things that might give us a clue to where he's being held. Professional-grade camera. Probably came from the Gazette's office. Okay, looks like we've seen all there is to see in this frame. Let's move on to Alfred's next signal. You got it. Roger's Plumbing. A service company for the water heater. I can use their records to find home addresses for their clients. We're getting closer. Yeah, but we're not there yet. Hmm, da noch kisten. There isn't anything else here. Let's keep looking. Nothing else to see here. Moving on. A mason stamp. Only one Masonic Lodge in the city. Gotham City Fraternal Order of Stonemasons. So the house was built in 1945 by them. That's a big lead. Lady Arkham. Keep searching. Jump to Alfred's next signal. Okay, Freimaurer, Wasserboiler, Dünns und Bus Stop. Okay, wir machen erst mal das Baujahr, weil das müsste schon mal sehr eingrenzt werden. I can get the bus line from this, but no stop number. This will help pinpoint the neighborhood. These are all the homes serviced by this water heater company on the days and months listed. Okay, Standort 2, Standort 1, Standort 3. Auch da, ich würde mir Wünschen bei sowas dann doch, dass sie mich auch ein bisschen selber ermitteln lassen und nicht die ganzen Informationen sich automatisch sammeln. So, das wäre ein cooles Rätsel, wenn man selber rausfinden müsste, wo sie ist und dann quasi anhand der Infos auf der Karte das rausfinden. So, oder zumindest die drei Standorte, wenn man da rausfinden müsste, welcher es ist, was nicht passt oder so. Aber es passiert alles automatisch, man wirkt einfach nur A. Mehr macht man nicht. Es hat nicht all die Bellen und Wunderschöne, aber es sollte immer noch die Karte der Karte aus den Kriminellen machen. Das Endeffekt heute. Radal. Heading into the basement. Be careful. Batman! I'm all right. Das ist doch schon nichts verlassen, oder? Ja. There's no one here. No Alfred. Damn it! There's blood on the walls. I'm going to see what I can find. Standing by. The blood hasn't gone yet. That means we can't be far behind them. This is where they had Alfred. Where they beat him. There's no one here. There's no one here. There's no one here. Lady Arkham's soldiers died. The trail stops at the wall. Actually... It goes under it. Sounds like there's more to this basement. Than it would appear. Taking a closer look. The wall is just a facade. Why would the veils have a false wall in their basement? Now let's find out what the veils were hiding. It was a small room. With a hole in the floor. A rope ladder. Anyone down there would be trapped. Alfred! I'm going inside. I'm going inside. Okay. Bruce. What's down there? Do you see Alfred? No. It's some kind of... Torture chamber. Shackles. Doubts. Blood. What? Vicky. She was kept down here. Locked away. Who could do that to their child? I'm beginning to understand. What is there to understand? To willfully hurt a child? No wonder Vicky is consumed with hate. It's all she's ever known. I can't even imagine. But it doesn't give her the right to take it out on others. Of course. The veils foster children may not have been the only ones to suffer here. I followed Alfred's blood into this hole. If he had any opportunity at all, he would have left me a clue. The blood is fresher than the rest. It must be Alfred's. Shackles. Shackles. Blood on them. Old. And new. Vicky did to Alfred what was done to her. Bloody scratches. Fingernails. Someone tried to climb out. Alfred? No. There are drawings. Vicky must have drawn them when she was a prisoner. The chalk here is different. The chalk here is different. The chalk here is different. Newer. One piece apart from the others. Purple. The same color as my tack. Can't be a coincidence. Maybe. Vielleicht... Das Schilder sieht aus wie Alfred. Er hat mir eine Nachricht gelegt, um dieses Schalk zu benutzen. Aber es muss noch mehr dazu sein. Ich will die Heiligen Wörtern zu schreiben. Zu Arkham. Alfred hat mir eine andere Art. Wann ist das alles passiert? Wann ist das alles passiert? Er war hier nicht mal einen halben Tag. Es ist alles noch am selben Tag. Das heißt, sie hat ihn da gescholtert, hier runtergezogen, malen lassen und ist dann mit ihm nach Arkham. Also irgendwie so richtig passend tut das alles nicht. Frau Arkham wird uns erwartet. Wir werden sie bei Überrasen treffen. Doch, sie erwartet uns. Wenn wir da sind, lässt sie alle Bösewichter frei. Selinas Ap... Das ist Selinas Apartment. Mhm. Spannend. Da hat uns die gute Catwoman aber einiges nicht gesagt. Wie passieren denn so eine Übersetzungsfehler? Was ist denn da los? Oh Mann, ey. Also da hat man sich echt keine Mühe gegeben. Sorry. Das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ich erinnere an die Drecksbar, die der Skyline-Club war. Oh Mann. Go ahead. I got this. No. Batman. Das endet jetzt, Vicky. Tell me where Alfred Pennyworth is. The butler. Bruce Wayne has a bat on his paywall. Answer the question. Where he is doesn't matter. He'll be dead soon. Another corpse in Bruce Waynes family. Killing him won't solve anything. But it will teach Bruce Wayne a lesson. When he and all of Gotham will learn. They will be dead. War ein Denkfehler. And when did Gotham look away from me? Now try to psychoanalyse me, Batman. You have no idea, what I've done to come this far. To- Yeah. Und, ähm, ich finde, es sieht schon wieder ganz stark danach aus, als würde dann nächste Folge in Episode 4, ähm, ja, schon wieder das Finale sein. Sieht, finde ich, ganz stark danach aus. Ja, ähm, wir werden sehen. Vielleicht geht's ja doch mal ein bisschen länger als gedacht. Aber, äh, ja. Ihr merkt, ich bin nicht so richtig zufrieden mit. Ich war mit der vierten Episode schon nicht so richtig zufrieden und mit der hier jetzt irgendwie gar nicht mehr. Es sind, finde ich, abstrus viele Logiklücken drin. Es geht alles viel zu einfach. Spielerisch nehmen sie einem jetzt wirklich völlig die Kontrolle aus der Hand. Sie hatten Gelegenheiten, coole Rätsel zu machen, coole Detektivsuche. Machen sie nicht. Es wird einfach schnell die Story hin geschlunzt. Ähm, ja. Ja. Dass der ein oder andere Bösewicht nicht mittlerweile drauf gekommen ist, wer Batman ist, ist auch ein bisschen lächerlich. Ja. Die Zeit passt nicht zusammen. Dann ist das hier plötzlich Stelinas Apartment. Ich weiß nicht, ob sie es falsch hingeschrieben haben oder ob es falsch übersetzt wurde. Ja. Mal sehen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin, euer Rauton. Ciao.